Richtig am Schielen Also ich hab jetzt nichts für den Schielen in deutscher, aber Die waren halt so richtig Man kann's nicht beschreiben Und dann haben die die ganze Zeit Schnee gegessen Und ich sagte so Ey, ihr wisst schon, dass Schnee dumm macht, ne? Das Kind guckte uns Wendt sein Riesenaugen an uns beide Guckt uns so an, sagt erst nichts und sagt dann Ich esse immer Schnee Ich liebe Schnee Oh, war das geil, Alter Wir haben uns in der Ecke geschlossen Schnee essen noch dumm Ich esse immer Schnee Das war herrlich, Alter Es sind noch Zeiten zum Bewundern Ja, muss ich wieder level up, Alter Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Deswegen, Alter, wir cleanen hier natürlich alles Das geht doch für den Panda allgemein, ne? Dass man, äh, so, sich so schnell Klönen kann, wa? Wie für den Panda allgemein Das ist jetzt keine Dass man diesen Bonus kriegt, Erleuchtung Das ist doch kein Ist das ein Mönch-Bonus oder ist das ein Panda-Bonus? Achso, meinst du das? Das ist natürlich eine gute Frage Ne, ich glaube, das ist ein Panda-Bonus Ich hoffe Oh, nicer Ring Du darfst Wieso willst du noch, äh Lieb Alter, brauchte keiner Ich sehe gar nicht Oh, nie aus Nehme ich gerne Ich hab auch jetzt einen Ring Also, ich hab wohl gerne eingestoppelt Das ist aber, denkst du Obwohl die meisten brauchen halt nie was Weil man, wenn man die Sachen von Gerechtigkeitspunkten und Ehre und so hat Dann hast du ja auch alles, was du brauchst, weißt Ich glaube, du hast immer noch nicht gereicht Ne, immer noch Ne, die sind sowieso komplett Abgedraht, also Die sind komplett irgendwo anders We are livin' in Glomerica Ja, wir machen hier jetzt Level 80 klar Machen hier Level 80 klar in den Glomerica Alles könnte Ja Ah, doch, das ist der End-Boss Das ist der End-Boss Doch, das ist der End-Boss Ja, ja Nice Juppaluppa, schnuppa, abgebankt Was? Dann sind wir einfach in die falsche Richtung gegangen Das heißt falsch, aber andere Ja, ich hab einfach ein paar Bosse länger gemacht Für den anderen Weg, Chibi, wo dieser Schnitter kommt, weißt Nee, kommt doch von dem What do I mean? Todes me Ach, ist das, ach, das ist ein anderer End-Zwein? Ja Ich bin doch wieder komplett crazy Crazy, crazy, baby Oh, die Bombe Ah, Big Tank Nee, ich muss nicht, ich muss ihn nicht nehmen Ich muss eigentlich ein Jäger oder so Nein, die muss noch aufgreifen Wenn ich die Level nehmen, dann explodieren die bei mir Nein, 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 das war ein Scherz, Alter Die muss man einfach zerstören Aber ist halt Ja, halt, ich muss sie halt in den Jäger oder so zerstören Level up Nicht so fit Alter, Leben Neun Zauber bekommen Und das scharlachrote Kloster können wir rein Lehm Ihr lehmt die Bewegung des Ziels und verringert das Bewegungstempo um 50% Die Axt Ich kann auch gar keine Axt tragen, oder? Ne Sicher? Ja, gut, dann drück ich hier Ich drück bei beides passen Ja, Leben bringt jetzt eigentlich gar nicht so viel für mich Ich kann ja auch schon dieses benebelnde Dämpfe Leben kostet 5 weniger Energie Aber macht halt genau das gleiche Alter, krass Also ich finde die benebelnden Dämpfe besser Ja, lass mal direkt noch eine machen, ne? Ja, vielleicht kommen wir Sherlock Road Kloster Eine geht noch, dann kommt Food, zwei Food, boy Food, boy Bitte, Alter Bitte, komm ins Kloster Ach, wir können ja sowieso schon scharlachrote Hallen Bitte Bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Bitte noch mal Ja Ja Wuh, Alter Das ist wieder Perfektion, was wir hier an den Tag legen Neues Kloster, das ist einfach pure Freude Scharlachrote Hallen jetzt erstmal Ähm, everybody Einmal mit fleischigem Hundefutter Nice, hier gibt's auch wieder neue Quests Und das haben sie ja auch sowieso Ich war jetzt manchmal drin, aber das haben sie hier auch ganz geändert Hey, guck dir mal den Eimer an, Alter Boah, der hat sie direkt gepolt Neueu 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 Hey, ich hab den doch da hingeschmissen, Alter. Ah, keine Ahnung, Alter. Jetzt hab ich's verbockt. Und meine... Und bei mir sind die Dinger auch weg, Alter. Ich kann auf jeden Fall nicht nochmal den Dings dahin legen. Aber hier kannst du einfach außendran vorbei und dann kommt der nicht da lang. Brauchst du nicht angreifen. Oh, du hast, glaub ich, noch so'n Far Cry Trauma von solchen kleinen Bulldoggen. Deswegen killst du die alle. Alter, geil! Übelstes Halsding. Hab ich noch nie gehabt. Oh, was ist das denn hier für eine eklige Scheiße? Ja, das ist ein bisschen anders geworden. Ach ja, wir müssen gleich hier ein Schutzschild nehmen, ne? Und, kennst du das? Ja, voll ja noch nicht. Ja, dann renn! Oh ja, aufpassen! Du musst dir so ein Schutzschild nehmen und wir laufen hinter dir her, aber... Also, man kann, glaub ich, zwei oder drei nehmen. Deswegen, ich lauf mal hinter dir her, ja, dann können wir uns am besten absprechen. Ich hab auf jeden Fall grad einen Seelenstamm bekommen von unserem Aufmerksam, Hexe. Ach, damit die uns dann nicht abschießen, oder was? Ah, so'n Schild. Wir haben drei. Ach komm, ich nehme mir auch eins, Alter. Nimm sie schnell eins. Ja? Ja. Können wir eins nehmen. Meins geht auch nicht? Jetzt! Sind wir dann übelst slow und die... Typen bleiben hinter uns. Und ich glaub, ganz am Schluss werden sie einfach gekillt. Ich bin grad gar nicht mehr so safe. Sicher. Auf jeden Fall hier, Filippini ist hinter uns. Und wenn die diese Feuerdinger, dann wirst du sie zurückgeschleudert. Dann wirst du nicht durchrennen. Kann ich mal noch trauen und schaden, oder so. Wow, fuck, fuck, fuck! Ich lauf mich schön dran vorbei. So, komm! Und jetzt. Boah, die gehen alle auf dich, Alter. Ja, ich hab mich schnell weggelroht. Jetzt hab ich sie alle. Ey, ich muss geheilt werden. Alles tut auf mich, ich hab alle. Ja, ich... Ich wurde grad gekillt. Komm schon! Ja, hochgeballert, Alter. Meine Fresse, Alter. Devskills reingepackt. Ja, ich hätte vielleicht noch vorlaufen sollen. Aber egal, wir haben's geschafft. Dank des Seelsteins, weil ich war schon tot. Und die hab mich alle gebombst, Alter. Ja, gut. Ja, und das war jetzt der Boss? Das war der Boss, ja. Der Womps the Crazy. War das ein Boss? Keine Ahnung. Ne, das war... Ey, wir mussten hier Schalloch-Rote-Kleuzfahrer töten. 50 Stück, ne? Ja, die kriegen wir wohl... Ja, die werden wir wohl hinkriegen. Und hier werden die... Achso, ja, ich will jetzt nicht zu viel Spoiler. Sonst ist einfach genießen. So geil, das ist auf jeden Fall der Hundemeister, der sonst... Loki hörst du doch, ne? Der sonst immer da hinten. Das ist der, der sonst... Braun heißt. Einen guten deutschen Namen, der Kerl. Ja, komm, mein Typ. Habt ihr was gehört, ja? Hm, was habt ihr gehört, Junge? Ne, habt ihr was gehört? Alter, ich kann doch nicht. Der hat sogar selber noch geredet. Echt? Das stimmt, ich hab grad grad meinst. Die, 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 die Leute. Deswegen ist es hier grad so eklig. Das ist die Hunde ranhung, oder? Das ist die Hunde ranhung, oder? Das ist die Hunde ranhung, oder? Ja, die Hunde ranhung, oder? Ja, die Hunde ranhung, oder? Ja, die Hunde ranhung, oder? Wäre ganz gut. Ja, wenn du stehen bleibst. Ja, klar. Boah, ich will aber mal einen neuen Heel zaubern. Das ist grad irgendwie... Bin ich nur nicht so refreshed von dem Mönchheil. Weil es echt irgendwie eklig ist. Bisher jedenfalls. Ich kann halt so ein... Ja, du kannst immer diese Bierfässer schmacken. Ne, die Bierfässer bringen gar nix. Ich kann aber so ein... Ja, aber damit schlagen. Ich mein, nur als Rock. Was ist das zu sagen? Fassi Preußers. Ja, jetzt. Hör auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Ich muss den erst mal noch anvisieren. Shit happens! Yo! Weg! Bin das ja wohl! Ich... Habe ich mit? Wir können sie nicht aufweilen! Wenn du ne Boxskiss hast. Ja, ich drück mal... Weil ich werd ihm wahrscheinlich... So Philippini, ja egal. Ich hab mit Bedarf gedacht. Er hat's in Ordnung, Alter. Hat er verdient! So, Alter, kommt her. Okay, er braucht's, weißt du? Es gibt ja auch so welche, die das nicht brauchen. Die auf 18 einfach nie drücken. Was? Ich denk mal, der war mir schon. Ist doch doch, ich sie ziemlich geilerin. Er ist übelst ja auch. Freunden für das Level. Aber Schallochrote sind jetzt ja auch viel mehr Bosse, Alter. Normalerweise kriegt hier jeder, was er will. Wir sind hier jetzt, Alter. Waffenmeister, Hala, 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 Hala. Kügler. Harn. Kügler. Ja, die haben halt... Den Friedhof gibt's, glaub ich, gar nicht mehr, ne? Ne, ich glaub, die haben ja einiges lohnt, leider. Ich fand das halt... Schön's geil, Aani. Ne, ich fand aber eigentlich... Ich bin alte Insel, die sollen die ungerührt lassen. Sollen die halt ein zweites Kloster aufmachen, aber nicht die alten Insel immer wegfassen. Ich kann's gar nichts mehr, von der Welt zu sehen. Nostalgische, historische Geschichten. Ich könnte schon auf einen Privat-Server gehen und kriege die Argo von dem Buster. Ich bin außer Reichweiter. Too much Heal-Agro. Scharlow-Rote-Kreuzfahrer, 23%. Kriegen wir eigentlich was von den Quests, Alter? Und wir auch nicht. Hatten wir schon Level ab hier? Nee, hat noch nicht. Nein, 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 nein. 28. Das lädt immer noch auf. 29. Großer blauer Sack. Geil. 10 Platzbehälter. Was? Kann man mitnehmen. Haben wir überhaupt schon... Hier? Egal, jetzt hab ich mal gebufft. Ah, dass jetzt alle so ein Mal der Wild ist haben, ey. Ach ja, hier. Ja, dieser Drehtyp. Haha, eine Falte hat gelegt als meine Macht. Der sich meistens gar nicht mehr dreht, weil man's... Weißt du, weil man den schon so schnell tot hat. Echt, weißt du? Oh, der ist ja Level 100. Was? Weißt du, weißt du? Was? Wahrscheinlich jetzt kriegen wir die nicht so schnell tot. Seine auf der Hut. Jetzt zum Beispiel. Nee. Jetzt muss der sein verbündet. Ich spring runter. Ich spring runter. Ach komm, hier immer noch von oben. Bleib einfach. Ich hab' zu wenig Energie. Ja, ja, die kommt von oben, aber das sind, äh, das sind Elite, ne? Zwei Elite. Ja, ich bin ver... Ich vergrößern, ich bin tot. Brauchst du das, Alter? Wow, ja, klar, ich hab' noch gar keinen Hals. Mach' mal mit, Nid, bitte. Ich drück' Ja. Normalerweise braucht das kein anderer, weil das hat Parieren mit drauf. Ja, ja. Ist eigentlich eine Geschichte. Egal, du hast es gewonnen. Ich hab' nichts, Mann. Ich hab' nichts, Mann. Zeps. Yes, Mann. Ja, das ist eine geile Axt, Alter. Die war richtig... Oh, oh. Knorra, was du wollen? Hast du die beiden, die mich angreifen? Ja. Doch, doch. Mir fehlt echt noch so'n Heels sauber, wo ich einfach drücken kann und dann bist du wieder voll. Einfach sowas wie Blitzheilung oder sowas. Ich hab' aber leicht befürchtet, dass ich das nicht bekommen werde. Ah, irgendwas musst du ja noch irgendwie kochen. Ein Auto oder so. Ah, ich... Warte mal, warte mal, ich guck mal, ob er wie ein Talent fällt. Oh. Ich kann das noch... Aber da sind ja keine Sachen mehr drin. Erbau. Doch, da sind... Da sind doch noch so'n Mainzauber drin. So. Die man noch nicht bekommt. Die man noch nicht hat. Neu in der Nebel... Oh. Geil, scheiß drauf. Ich lass' mich einfach überraschen, Alter. Aber ich hab' da auch noch... Den verkrieg... Ja, ich... Will's mir auch nicht so angucken. Das ist mal wieder was, wo man sich nicht überraschen lassen kann. Ja. 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 �ah man... Jaa. Ja. 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 Ja, ja. Ich geh jetzt hin ab... Die liegt ja überall Gold. Was? Goldmünzen Ey, die nimmt einer auf immer, schnell Schweine Ja, da sind doch so Schatzmeister Zwischen Banker Bankers Genauso wie der Daikon Der Daikon Die Banker Ich hab heute auch Wieder einen YouTuber gesehen Zehn Monate nicht aktiv Oder so, 5000 Abonnenten Denk ich nur, wie Karbon Zehn Monate etwas anvisieren Ja, zehn Monate nicht aktiv Der hat nämlich auch WoW gespielt Ja, nice Ja gut, aber In so lange Zeit waren die Chancen Oh fuck Ja, ich halte Du kriegst mein Dicken Heel Bist du wie du mein Mini Heel Da raus, Alter Na ahnung, oder woraus Das ist ein Feuer, das ist gut aufgemacht Nee Auf dieser Blase, die die gebraucht haben Ja, nein Nur auf jeden Fall ein 15er gestackten De-Buff, also Ja Egal, das ist auf jeden Fall doof War das denn nicht ein Boss der Klein, der eine, Alter? Nee Schalach-Rote geleert Wo ist denn der Codex? Wo ist denn der Codex? Der kommt nicht so Ja, so Wie wir beim Endboss Wenn wir auf jeden Fall nochmal Level ab und dann sind wir 920 920 Und dann kann gleich schön der Fußballabend beginnen Und dann auch noch ein bisschen die großen spielen Dann wieder rennen und dann ist auch schon wieder Schlafens-Time, Alter Aber ich hoffe, ich kann diese Nacht schlafen, Alter Ich konnte irgendwie letzten beiden Nächte nicht schlafen Aber wenn wir noch Wenn wir nach Fußball noch Dinge spielen, Alter Wie auch weh, kannst du bestimmt so ins Bett pumpen Ha Pumpen Ja Die Pumpen Du bist nicht so Beflogen Jetzt kommen wir hier bestimmt nicht mehr den Schlüssel 2016 Truoschlüsse Ich kann man auch unterbrechen diese fähigkeit ist doch alles kann man unterbrechen großer omen ist drachen hat mich getroffen ich bin paralysiert ja ist man immer heilig doch aber ich habe kein großes satschi kommt nicht die kanzlei weil ich selber erst noch mal wenn du kommst jetzt das kommen wir diese rinderpanzel komplett da drin stand jetzt ist es einfach gegönnt ja sie können auch schon einmal wiederbelebung alte und nur kette kette und kette und kohle und den bluten der kohle des kurses wir können so wie der bett den typen wollte er die glücker aus und angeht der typische erheit hier ist nicht ein Ich bin von den Verlassenen. Denkt dran. Die Stance-Gruppe verlassen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Und dann machen wir nochmal mit den Großen wieder. Weiter. Leute, Spiel verla... Spiel verlor. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn ihr seht ihr da ist, Daiko und Peloni. Zucken für euch. World Warcraft, und wir sind Pedaria. Tschüssi. Pedaria. Tschüssi.